Ja! Ja! Juhu! Für einen Lightrider in Ultimate haben wir unser Rennteam vor allem in die Pflicht genommen. Wir haben die besten Technologien des Lightrider Walk-Up, die wir für die Olympischen Spiele für den Walk-Up konstruiert haben, die Konzepte ins Elektro-Velo übernommen. Das heute und vielleicht das Wichtigste war die Partnerschaft mit Maxim-Motors, wo wir eigene Batterien zusammen und den Motor weiterentwickelt haben für eine bessere Sensorik. Und das dritte ist natürlich das Ziel, das Leichteste im Altenbike zu machen auf der Welt, die die beste Performance bergauf hat. Super Sensorik im Trail, aber wahnsinnig Spass beim Bergabfahren. Und das ist das Ziel, das ist das Ziel. Und das ist das Ziel. Und das ist das Ziel. Und das ist das Ziel.